Jetzt kann er die Nase da runter geben. Das ist mit Jack-Flaps. Sehr egal, wenn wir es abschützen würden. Dann hätten wir so ein Hand und dann im Wallet. Aber wir müssen halt schon überleben. Den Ton musst du halt nachher raus schauen. Das ist mit allen Flatschack-Flaps. Was ist das denn? Alex, ist ihr scharfe? Das ist Hohlen, links und da. Mal verkriegen es mal zum Gehenholen. Das sind Leute, die von einem scharfen Bier haben. Die von einem scharfen Lichtmachnistern. Das ist ja nicht der beste Punkt. Ja. Das ist ja so, dass du David in Kahn gemacht hast. Was ist das denn? Ja. Ja, ich hab's das. Das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das geht jetzt so gut. Das ist voll in der Nähe rein. Das ist ja noch bei uns. Ja, das ist das. Das ist ja auch auf lange gestellte. Ja. 11 Minuten, dass ich sehen möchte. Der Ruder da ordentlich. Das macht das dir. Ja auch. Mit ihr habe ich das. Er braucht nur die Richtung halb des Flugzeugs. Mit ihr habe ich den Flieger gemeint. Was darfst du bumsen? Was? Ich kann ja die Flaps dann voll raus holen. Ich habe die Flasche. Der Flasche hat schon gerne die jährische Autos. Ah, Flaps. Flaps 3. Flaps 4. Flaps 4. Was ist denn das für Kreis? Kreisverkehr? Was ist denn das für Kreisverkehr? Ja, das ist das für Kreisverkehr. Das ist das für Kreisverkehr. 1,000. 500. Oh, das ist ein Tier. Das ist das für Kreisverkehr. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017